Vor Jahren bin ich in einem Zeitungsinterview mal gefragt worden, was ich in Zukunft am liebsten tun würde und habe damals spontan gesagt, am liebsten eigentlich eine Plattform, die kreative Köpfe zusammenbringt, die sich für eine positive Zukunft einsetzen. Damals war das ein bisschen kryptisch, aber heute ist das eigentlich aktueller denn je. Wir befinden uns, glaube ich, nicht in einer Gesundheitskrise, sondern in einer veritablen Systemkrise und wer glaubt, dass alles wieder wird wie vorher, ja der wird vielleicht des Besseren belehrt. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die gerne irgendwas tun würden, nicht nur alle fünf Jahre repräsentativ wählen und dann hoffen, dass irgendjemand was macht. Vielleicht aktiv mittun, aber genauso wie ich, was macht man jetzt eigentlich genau? Ich glaube, der erste Schritt wäre, dass wir uns einmal zusammentun. Kreative Köpfe, Menschen, die was bewegen möchten und auch gute Ideen haben, zusammen auf einer Plattform. Das ist einmal die Grundidee, dass wir uns einmal kennenlernen und uns treffen. Willkommen digital hat ein bisschen den Hintergrund. Ich komme ja aus der Medienwelt und habe mich die letzten Jahre mit Digitalisierung beschäftigt, die nicht unbedingt nur positive Aspekte hat. Vielleicht können wir die Digitalisierung aber ausschließlich positiv nützen. Deswegen mit meiner Vergangenheit ein bisschen der kokettierende Titel Willkommen digital.